Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play... Äh... Stories Untold Ja Ähm... Wir waren ja hier stehen geblieben beim Phone ringing Und... Mal sehen, ob's funktioniert Hab ich die Answer richtig geschrieben? Ja Ah ja, das hatten wir im letzten paar schon Genau Ähm... Übrigens, mir ist immer im letzten Part aufgefallen, dass ich zwischendurch... Dass die... Dass der Sound ein bisschen abgekackt ist manchmal Ich hatte davor meine ganzen Sound-Einstellungen nochmal neu gemacht und... Ich hoffe, jetzt ist das ein bisschen besser Äh... Ja Ja Gut Ähm... Wir gehen... Go in... Your room Those bolted shot with a... Four-digit combination lock What? Äh... Äh... You don't know what you're trying to... Achso Äh... Use lock You grab the lock The lock is rusted Not used in years The key is your hand Weights heavy Was? Achso, the key in your hand Weights heavy The note heavier You grab the lock You grab the lock and can now And put the code Nein, 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 nein You need to... Äh... Was? You need to working for digit... Digit code You know it in this house somewhere Okay Ge... Leave You let go Of the lock Okay Ja, das hatten wir schon, genau Go into Bath Room You enter the bathroom Bathroom The bathroom feels disgusting Every surface Is covered in a layer of oily grime The sink is... Äh... Heaven for all kinds of bugs Okay Ähm Ich glaube, wir können nichts machen Ja Pictures are all over the wall But something is different about them Ja, ich glaube, sie zeigen nicht mehr Happiness Und so Go Into Ich muss nicht into schreiben Go, sister's room Jennifer's room is boarded up You can't Beard this Okay Äh... Go down Okay Vielleicht in der Küche irgendwo Weiß ich nicht Äh... Go kitchen Go into the kitchen The kitchen stinks And feels completely unfamiliar Ja, das Hatten wir letztes Mal schon Aber ich bin immer noch krank Äh... Go utility room Hatten wir das schon Im letzten Part Not yet Okay Ähm Look around There seems to be written on the wall And what looks like blood Look Blood Read blood Read Written Ah... Okay Go out Ähm... Dann gucken wir nochmal in der... Ne, wir können ja hier nochmal look around Eingeben Read note It's bleeding Okay It's blended Look Around There's the doors To kitchen and living room Okay Go living room Alter, als ob ich jetzt gerade aufnehme und meine Nase langsam zugeht Zu wird Zu Was auch immer Is fixed in your mind Read note The note always changing now reads Get through this I don't care if you want to or not Okay Dreadful The bit of your stomach Ja Das ist kein schöner Platz Nein Gucken wir nochmal Run down and empty Abandoned And for good reason Hä? Okay Äh, ich hab die nur... Äh, stimmt Ich muss nochmal in die Küche Da hab ich die Nachricht noch nicht gelesen Mal sehen, was die dort sagt Go kitchen The kitchen is... Äh, ja Stinks Ist okay Äh, äh, there's writing on the wall And the... Ja Look Wall Oh Im Blatt The number Ninety eighty six Is... 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 Mirage across the wall Okay Eins, neun, acht, sechs Alter Oh, steht an der Wa... Oh, steht... Oh Oh Okay Go up Ach du kacke Go your room The door's closed Ja, äh Take lock Lock Was? Use lock Dann eben use lock Grab the lock Use the nearest Ja, ist okay Eins, neun, acht, sechs The lock clicks open Same but different The landing has... Ach so Go your room The door is closed Open door Go... Go... Uh... Huh? Huh? The bedroom feels Utterly familiar The walls are damp But you've been here before In front of you A lone person sits in front of the computer screen The lamp is on The clock reads nine, 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 nine You should... You shouldn't be here You shouldn't be here You grip the note light Uh, note tight Read... Note? I'm sorry, Jennifer I'm sorry, Mom I'm sorry, Dad You ha... Uh, you haunt Every step I take Even in this place It was out of my hands But still You punish me I can be with you now There's nothing left to do I'm consumed And confused This has to end now End You're pathetic It was all your fault Say it No Oh, please Stop Stop It was all my fault Say it It was all my fault Finally Finally achievement Huh Okay 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 Nett Wow Das war cool Haha Ich hab noch nie Das ist mein erstes textbasiertes Game Was ich je gespielt hab So, aber So ne Spiele gefallen mir Echt Oh Und wir haben Level 2 Starten wir auch gleich Level 2 Ähm Ja, doch Some commands may be Case sensitive Keep a lock Ne, look out of Out for hints Okay Huh Ich würde den Part ja jetzt beenden Und dann sagen Am nächsten Part Machen wir dann eine Folge Pro Äh, ein Ein Level pro Part Aber Naja Ich mach glaube ich jetzt noch 5 Minuten Von diesem Part Äh, von diesem Level Oder so Und Dann am nächsten Part Das komplette Level fertig Und dann ja John McCallan Yeah Story is untold This is subject 12-19-86-23 New session entry We have myself Dr. Alexander Leading Assisted by Dr. Williams And in the lab itself Our volunteer Mr. Asian We have Artifact 23 In the chamber Recovered from Crash Site B At the moment At the moment it appears Inert Showing no signs Of activity Mr. Asian Instructions for each stage Will come through to your terminal And we need you to follow them Exactly Now Some of this may be unfamiliar So always reference the manual On your terminal For guides on calibration And procedure Once you've calibrated equipment To match our brief The green light will flash Allowing you to trigger the experiment One last thing Ensure that any equipment Non-essential to the current experiment Is switched off You cannot proceed Until your calibration Matches ours When you're ready Let's bring this back Okay Ah Where the key is Bracketed In the top menu To move between pages Yeah Press up to roll Over the test chamber Okay Let's jamber Use your mouse cursor To select And interact Oh Ah Oh Uh Oh 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 Nein Mach an Und ja Jetzt kann ich das Jetzt öffnen Äh Was muss ich denn hier unten machen Hier ist auch noch irgendwas Sicherlich Oder hier Kann ich kein Was Ich glaube kein Code eingeben An Okay 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 Hä 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 Ich mach das jetzt mal alles auf Das niedrigste erstmal Oh Oh sich nichts, ne? Okay. Okay, das ist schon mal sehr interessant, irgendwie. Internal analysis. Subject is enclosed in solid outer layers. X-Ray. The artifact to determine its internal structure. Okay. Wir brauchen X-Ray, glaube ich. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, 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 warte. Irgendwas war hier, hier war X-Ray. Ich glaube, alles, was groß geschrieben ist. X-Ray, Artefekt. Haben wir Artefekt? Ne? Ne, nehmen wir mal eins erstmal. Okay, camera monitor set to X-Ray. X-Ray ist das hier dann, ne? Ja, genau. Okay. Charge. 86. Warte mal. Also, X-Ray. Hier, das, das auch 86? Oh, warte mal. Nein, ein weiter runter. Oder hier, 86. Okay. Ja. Kamera. Irgendwie Okay Okay, gehen wir wieder zurück Das ist der wahrscheinlich, oder? Nee To RGB Äh Ah, hiermit ändern wir also, okay 650 haben wir rote Lichter Irgendwie Hä? Warte mal, mussten wir, war hier irgendwas mit 86 Hertz oder so? Nee, C86 CC86 Charge CC86, was ist denn CC86? Bin verwirrt CC86, keine Ahnung Digital irgendwas, ich kann es nicht lesen Okay, wir gehen nochmal zurück Äh, nee Ah, Waveform, okay Schaut hier nicht irgendwas mit Waveform, Wavelength LCR2 Light, okay Wow Set Frequency and Waveform Set Gain Das ist der Gain? Okay, ja Das ist, äh, Square Äh, Science Save Äh, Sawtooth Sawtooth Switch Drill on, ja And all other equipment Exactly Camera and TV are switched off When ready Trigger Sinkmaster As normal to begin Drill Insertion Okay, wir dürfen also erst alles benutzen Wenn alles andere ausgezahlt Äh, warte Wenn wir alles Wir müssen Alles ausschalten Dann können wir erst diesen Dings hier benutzen Da habe ich das jetzt mal ausgestellt Nee Ah, das ist C86 Äh, irgendwas Okay Was war denn da nochmal? Stand da Charge X-Ray Device, ja Haben wir es jetzt? Okay, es ist an Okay X-Ray haben wir auch an Die Kamera ist an Dann haben wir das Hier haben wir alles abgeschlossen Set to X-Ray, genau Sollen wir das jetzt alles ausschalten? Nee Oh Oh Okay Okay Good work The X-Ray is coming through now There's no Visible damage to the surrounding Organic material And no signs of activity either All output is flatlined Okay, let's begin Okay 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 Alter, ist das geil Okay Gut, Leute Ähm, was ist aber erstmal mit diesem Part? Nächsten Mal machen wir auch mal weiter mit dieser Äh Mit diesem Level Ich hoffe, was hat euch gefallen Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder Haut Da rein Nächste Mal No Untertitelung. BR 2018